In Belgien besteht Wahlpflicht. Daraus ergibt sich für die Behörden die Pflicht, die Öffentlichkeit über die Ergebnisse der Wahlen zu informieren. Wahlpannen, wie in Ostbelgien geschehen, lassen immer mehr Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Zahlen aufkommen. Das ist zumindest bei der Partei Vivant der Fall. Sie hat jegliches Vertrauen in die elektronische Wahl verloren und wehrt sich gegen die Tatsache, dass weiterhin Unklarheit besteht. Es ist nicht damit getan, dass das Innenministerium uns jetzt sagt, es handelt sich in Belgien um 2000 Karten und es handelt sich in der Deutsch-Bahn-Gemeinschaft um 20 Karten. Erstens ist es bedeutsam in der Deutsch-Bahn-Gemeinschaft, wenn es sich um 20 Karten handelt, weil es geht ja in der Differenz nur um 14 Stimmen Unterschied, was Vivant einen Sitz mehr und der CSP ein weniger. Es geht sogar um noch eine kleinere Differenz. Wenn zehn Personen die CSP gewählt hätten, Vivant gewählt hätten, wäre auch eine Differenz. Das ist bedeutsam, weil es hat auch mit zukünftigen Koalitionen zu tun. Die CSP könnte keine Koalition mit der PDG machen. Aber es geht vor allem um das System. Sollte die Partei nicht die Antworten auf ihre Fragen erhalten, will sie möglicherweise im Parlament einen Untersuchungsausschuss beantragen. Fest steht, dass Vivant vor dem Parlament klagen will und jeder Demokrat sollte diesem Beispiel folgen, sagt Michael Balter. Wir werden eine Klage hier im Parlament einreichen, da wo wir sie einreichen müssen. Diese Klage wird hier im Parlament eingereicht, hier beim Greffier. Wir werden diese Klage einreichen. Wir werden einen Untersuchungsausschuss fordern und dann werden wir in der Gruppe darüber sprechen, wie man damit umgeht. Aber es kann nicht sein, dass man das einfach so laufen lässt. Das dürfen auch die anderen Parteien nicht. Wenn die anderen Parteien das so abtun, dann ist das schon ein Warnsignal an jeden Bürger. So kann man nicht mit den Stimmen des Wählers umgehen. Ist die Wahl validiert, ist alleine das neue Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft zuständig, wenn ein Kandidat Klage einreicht. Am 17. Juni wird sich das Parlament konstituieren. Der Alterspräsident wird diese Sitzung leiten. Noch bevor die Eidesleistung geschieht, wird es einen sogenannten Wahlausschuss geben, der konstituiert wird, der gegründet wird. In diesem Wahlausschuss entsendet jede Fraktion einen Vertreter. Wir haben derzeit sechs Fraktionen, also wird dieser Ausschuss aus sechs Vertretern bestehen. Der überprüft dann die Gültigkeit der Wahl und der Mandate und empfiehlt dann dem Plenum, ob die Gültigkeit der Wahl besteht oder nicht. Und das Plenum, also die 25 Abgeordneten, sind dann diejenigen, die die endgültige, die definitive Entscheidung darüber betreffen werden, ob die Wahl gültig ist oder nicht. Dann entscheiden Parlamentarier und vermutlich bereits gebildete Koalitionen beispielsweise darüber, ob Neuwahlen sinnvoll sind oder nicht, wobei dann auch ihre eigenen Parteiinteressen eine Rolle spielen. Die Frage stellt sich, ob ein solches Vorgehen demokratisch ist. Auf der einen Seite ist es natürlich der Wähler, der letztendliche Souverän. Auf der anderen Seite leben wir in einer repräsentativen Demokratie, in der die Parlamentarier, die Vertreter der Wähler sind und dann auch den Auftrag haben, darüber über solche Dinge zu befinden. Irgendwo beißt sich da die Katze in den Schwanz. Sollte das Parlament sich jedoch gegen einen Untersuchungsausschuss oder andere Forderungen aussprechen, will Michael Balter das Thema während der Legislatur immer wieder ansprechen. Wir werden das fünf Jahre lang diesen Leuten sagen. Wir werden fünf Jahre lang darauf hinweisen, was hier gelaufen ist. Diese Unstimmigkeiten, die da herrschen, sind Unstimmigkeiten in ganz Belgien. Es handelt sich in Belgien um 2000 Stimmen, die man einfach so unter den Tisch wegkern. Das darf kein Demokrat dulden. Wenn das hier geduldet wird, dann ist das ein deutliches Signal für den Bürgern, dass man dieser Demokratie nicht mehr vertrauen kann. Übrigens lediglich Kandidaten bzw. Parlamentarier haben die Möglichkeit, vor dem Parlament zu klagen. Für einen einfachen Wähler bestehen keine individuellen Rekursmöglichkeiten.